ich hab jetzt keine Ahnung wo lang müssen die VD geistert hundertprozentig irgendwo rum und auf einmal ist das abgeschlossen auf einmal wahrscheinlich müssen wir gleich irgendwie entkommen und warum ist das hier nicht komplett zugekettet sondern nur da vorne Reiterätisch kann man das hier doch aufmachen weil ich verstehe der stark genug diese Bretter dort abzureißen aber schafft sich so ein Tor kaputt zu machen da durchzukommen naja gut ich weiß dass die Frau hier irgendwo umgeistert könnte mir aber nicht erzählen dass sie einfach nur kurz irgendwie ein Besuch hatte und dann auf einmal weg ist kannst du mir jetzt nicht sagen die muss hier irgendwo sein und hier hätte man natürlich auch durchgeführt das ist nicht drumherum das hört einfach hier vorne auf voll dämlich ich sehe auch kaum was das ist so das Problem hier bei der Sache die Batterie geht die jetzt eigentlich wirklich leer wenn ich hier einfach nur so filme da oben auf diesen Balken aber der bewegt sich nicht scheint also doch nicht leer zu gehen oder ne ich glaub nicht ich glaub hier nicht länger die Batterie äh Batteriezustand ist und so schneller geht die dann leer also wenn man nicht die Nachtsicht anhört glaube ich jetzt mal äh ich will ja nicht mehr nicht mehr hier nur bleiben ich will ja nicht mehr hier nur bleiben es leckt das viele manchmal nur 30 FPS oder genau 30 manchmal genau 60 voll seltsam da ist ne Frau ich glaubt ihr Frauen trifft ne das ist schon wundern ich kann hier nicht auswitzend verarschen aber hier alles ich glaube wir dürfen uns nicht sehen lassen ich schleiche mal hier unten drunter durch ich glaube sie geht wieder bin mir da aber nicht so sicher ja sie ist weg ok wir müssen höchstwahrscheinlich jetzt irgendwie dort auf diese Seite kann man hier eigentlich ertränken oder geht da automatisch wieder hoch wird sich ausprobieren aber eher lustig zu wissen ok hier geht's nicht lang ne von da kommen wir nicht hin weiß ich nicht ob wir da gerade im Kreis gelaufen sind oder im Kreis laufen wenn man halt durchgehen und da hinten brennt das das ist ja nicht so geil wir hatten auch schon lange keine verfolgung mehr und ich glaube dass genau hier jetzt gleich wieder eine kommt ok das habe ich gerade nicht wirklich gesehen da hängen zwei leute am baum ok das sind wahrscheinlich irgendwelche dämonen kann das sein ok wir können wir können die kamer einfach die ganze Zeit offen lassen die Batterie geht nicht leer ja keine ahnung was ist da wo ich da gesehen ne vielleicht hatte ich auch einfach die Nachtsicht offen und ich habe das irgendwie nicht mitbekommen schon wieder ein verband wir brauchen die Verbände einfach nicht weil es gibt einfach nix wo wir uns verletzen können wir kriegen ja Verbände nachgeschmissen ohne Grund und ich wette wenn wir sie haben brauchen können wir keine mehr voll die Verarschung irgendwie oh Gott jetzt haben wir das hier wieder äh ich lese das wieder hier vor äh warte ich mach das mal lieber so Kapitel 5 erstens und ich sah und ein Wirbel kam aus der Nacht ein Feuer das nach innen brannte aus allen Richtungen zur Mitte und es zog das Licht aus den Wänden so dass es in einer Leere war die schienen in Regenbüren wie Öl auf einem schwarzen Spiegel ich sah trotz des Schmerzes und erblickte wie aus der Mitte des Feuers kam die Gestalt eines Geschöpfs eine Gestalt die einem Menschen ähnelt wie ein Kreis einer Kugel drittens so wie der Querschnitt einer Kugel ein Kreis ist so wäre dieser Kreatur ein Mensch viertens und dies war deren Erscheinung sie schienen gleich Jesu Qual am Kreuz und hatte Brust und Geschlecht eines Mannes fünftens und ihre Gesichter waren zeillos und ineinander verschmolzen tausend Augen und alles ein Mund mit Flügeln und Hachen untrennbar selbst dem Auge und Augen wie Hachen dienten dem vollkommenen Verzehr sechstens so waren ihre Gesichter und dann waren sie die Knochen der Pferde der vier Reiter und die Knochen der Reiter ebenso siebtens und dann wurden ihre Gesichter die Geschlechter der Engel und dann ein Leuchtfeuer das sang mit einer Schönheit die Verstand zerreißt und dann ein Spiegelbild in versilbertem Glas denn ihre Gesichter waren all dies zugleich und ihre Flügel verschmolzen und schlugen dass die Zeit still stand und ich keinen Atem schaffen konnte dieses deutsch ist sehr komisch äh upsala falsche Deste wo ist eigentlich die V hin die hier war die stand hier oben und hat hier irgendwelche komisch komisches Rattual gemacht und ist dann dort hinten verschwinden oder hä ne keine Ahnung über den ist bestimmt einmal dies bauen das ist ein Haus wahrscheinlich eine Kapelle oder so auf dem Berg ok keine Ahnung wo wir jetzt hier hinkommen scheiß Jumpscare haben hier ich habe mich allerdings noch leichter schreibt dieses Mal warum geht diese Kamera gerade nach oben in Karte hier haben wir das sieht natürlich gar nicht mehr so gut aus das sieht natürlich gar nicht mehr so gut aus hä hä ähm das ist jetzt aber irgendwie ok das ist ein Bug weil ich lauf gerade in dem Ding rum ach ne ich krieche da gerade drauf oder ich dachte schon ich lauf da durch ich sag grad einfach so aus wie der grad einfach hier heim gestiegen ist und jetzt da noch rumläuft gut und denk da an was mit einem Mikrofon und ich wende hören und Geräusche verfolgen kannst du das Mikrofon mit vollstern ich doch verarschen dahinter ist doch irgendwas alles klar alles klar ich ich wusste doch die ist nicht weg oh du hast da noch jemanden an einem komischen Hake hängen ach nein ich hab das nicht aufgenommen es war zu langsam scheiße ich wollte es aufnehmen wir haben ein kleines problem wir haben hier nämlich besuch wieder rein da bin ich sicher da als da ähm und jetzt geht die Batterie doch wieder leer ich glaub nur ah war ich das Mikrofon oh ok das verbrauch ok das äh gibt Sinn die kommen hier hin wird sie mich verarschen ne ja und jetzt ich witte ich kann hier irgendwo heilen oder hätte mich irgendwo verstecken können ähm tschüss daneben ne du musst mich hier gar nicht abfangen bitte was ok ich kann also nicht rauslaufen was soll ich dann machen ok es hat sich erledigt ach warte mal jetzt kommt doch die Frau wieder oder na ich hab glaube ich verkackt ich glaub ihr kommt ja nicht nochmal vorbei schade also ne Aufnahme die uns fehlt find ich doof muss ich ganz ehrlich sagen hm 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 ja laufe immer laufe direkt auf mich zu alter ich bin hier nicht ey dafür ist meine Batterie immer wieder voll hm 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 Dai ja ja wenn ich bin richtig wohl ja sterb Wenn ich glaube, ich muss jetzt hier irgendwo durchs Feld durch und darf natürlich von dem nicht gesehen werden. Es sieht hier, glaube ich, ganz richtig aus, wo ich bin. So, ein Diskursum. Hallo? Geil. Okay, äh, kleines Problem. Da kann ich jetzt hier aber nicht sehen. Ich dachte, ich könnte mich da verstecken, dass die Batterie da jetzt bekommen. Das war jetzt natürlich ein Glücksfall. Alter, da kann ich mich doch locker tun und da verstecken. Oh Gott. Schengel. Alter. Okay. Äh. Äh, 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 tschüss. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Das ist einfach voll mies. Ich komme da nicht hoch. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Okay, bin und komm. Äh, das ist schon relativ spannend, hier muss ich mal. Ganz ehrlich so. What the fuck. Ach, so. Ach, Alter. Da vorne ist einer. Man, ich sehe nichts. Okay. So, es ist ein 80er. Ein altes Roller, aber glaube ich kann die Batterie ohne Ende. Sehen wir das Mikrofon mal aus. Wo muss ich denn hin? Das ist hier. Ah. Eieieiei, komm, ist gut. Tschüss. Ich guck mich jetzt hier. Oh mein Gott. Da ist da jemand. Piss dich. Okay. Okay, der... Oh Gott. Ist er behindert? Ähm. Ich tue dir nichts. Lass du mich auch in Ruhe. Okay, du gehst in die Richtung da und ich gehe... Ich muss natürlich an den Formen bei. Hm. Danke. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, ey. Puh, okay. An denen bin ich auch vorbei. Kann man hier hallen? Hallo? Oh, kriege ich mich. Äh, okay. Ich glaube, ich will da gar nicht hallen. Ich habe meine Meinung geändert. Hm. Oh. Das arme Pferd. Wo? Muss ich hier? Nee. Keine Ahnung, was ich machen soll. Wow. Alter. Guck, wir haben uns ins Gesicht geflogen. Äh. Ich will das jetzt nicht normal machen. Warum gehe ich jetzt auch nicht zu den Typen hin? Oder? Okay. Das interessierte nicht wirklich. Das war mal ernsthaft, wo, 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 wo muss ich den Netz hin? Kann ich hier irgendwie durch ein Fenster oder so heilen? Äh. 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 Tür ist zu und das hier ist verbarrikadiert. Ja, gut. Man hätte auch einfach hier weitergeben können. Ich höre hier überall Leute. Wir sind hier also immer noch nicht allein. Oh, okay. Du musst mich doch jetzt verarschen, oder? Oh, nee, ich glaube, ich... Ernsthaft? Wir sind wieder hier, wo wir am Anfang waren? Du hast einen Weg durch die Scheune. Ja, natürlich gibt es einen Weg durch die Scheune, weil wir da doch auch schon... Nee, du kannst mir das nicht... Warte mal. Hier ist die langgekommen, die Olle. Ich hab den grad nicht gehört. Der wollte grad aufstehen, kann das sein. Pack mal dein Ding da weg, Alter. Ich mag dich nicht. Das ist doch nicht die Scheune. Nur wo wir am Anfang waren, wie das dahinter... Okay, warte mal. Ich muss mich mal ganz kurz orientieren. Ich denke mal, dass wir hier bei der Scheune vom Anfang sind. Oder? Weil das Ding steht an der exakt selben Stelle. Interagieren da mach ich gleich. Okay, warte mal. Ah. Eicht schon. Wer mach ich da Ding nicht auf? Hallo? Klar. Hört mich doch im Arsch, oder? Hört mich doch im Arsch, oder? Okay, ähm, natürlich sind wir hier nicht alleine dran. Nein. Okay, ich dachte erst, das wäre das Gesicht von dem. Das sah gerade so aus. Oh. Wir würden jetzt hier hin, kommen und gucken, was hier war, oder? Ich bin nicht da. Ich bin... Komm Arsch, okay. Au. Hallo, ich bin auch nicht bewaffnet, ja. Huuu. Ich bin auch nicht bewaffnet, aber ich weiß, wo ich durch muss. Alter, ich sterb hier so oft in einem Kack-Spiel. Also, wenn das Spiel scheiße ist, aber... Boah, Alter. Ich würde mich ganz gerne wollen, das verstecken. Oh, so kann man die Batterie wieder auffüllen. Okay, ähm... Vielleicht atmest du mal leiser, das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Da steht einer. Wir müssen also irgendwie hier... Warte mal, ich will das mal ausprobieren. So, hier kann uns ja rein theoretisch nix passieren. Der Typ kommt jetzt hier hin. Gut. Hier sind noch Löcher, aber da sieht man nix. Hallo? Wir sind weg, oder? Ich weiß nicht, ob das irgendwann bringt, aber... Ich will das so in den Weg stellen. Die laufen jetzt aus... Ah, okay. Jetzt kommt der eine nämlich wieder rein. Oh, der ist auf dem Weg hier rein. Oh, der ist auf dem Weg hier rein. Keine Batterie hier. Ah, das Fenster ist sogar auch noch auf. Ich kann's auch nicht wieder zumachen. Hä, was hat mir das jetzt gebracht? Jetzt bin ich wieder hier. Das verstehe ich nicht. Hä? Jetzt bin ich doch wieder... Hä? Nee, hier muss ich definitiv nicht lang. Ich warte noch mal, bis hier da weg sind. Wir müssen, glaube ich, nach oben. Kann das sein? Also, das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Du bist auch nicht der richtige Weg. Du bist auch nicht der richtige Weg. Äh... Okay, damit hab ich nicht gerechnet. Oops. Ja, komm. Daneben, du. Ja, anborn. Hi. Hätt ja klappen können. Aua. Hört auf, mich auf den Boden zu treten. Und ihr seid voll asozial. Da kann man nicht heilen. Hilfe. Ah, Mann. Da ist die Tür. Du bist noch gerade nicht, wo ich bin, oder? Okay, er weiß, wo ich bin. Hey. Was? Geh. Ja. Kind hin oder her kann ich jetzt auch nichts für. Fiss dich. Er hat mich nicht gesehen. Nein, er hat mich nicht gesehen. Er hat mich... Aua. Ach, jetzt. Lass mich doch mal... Geh hier durch. Lass mich doch mal in Ruhe, Mann. Gott, ich muss mich jetzt hier mal ganz kurz heilen. Danke. Ah, guck mal. Geh weg. Alter, geht so schief. Der ist drin. Der guckt hundertprozentig hier rein. Oder? Er guckt nicht hier rein. Bin ich denn ernsthaft jetzt gerade entkommen? Der leuchtet etwas? Warte mal. Der ist durch eine andere Tür eingekommen. Ist hier jemand drin? Alter, ich kann das an den Geräuschen. Warte mal. Da ist einer. In der Richtung. Okay, die haben... Beide Türen. Ey, geil. Eine Tür kann ich wenigstens nur abschließen. Hier ist gerade keiner drin. Aber wahrscheinlich kommt der jetzt hier heim.